Hallo liebe Freunde, ich bin auch schon wieder da und ich gehe voll in sein Intro rein und er wird wahrscheinlich gleich hier total rumfluchen, aber ist mir egal. Hast du noch was zu sagen? Herzlich willkommen zurück zu Splinter Shell Blacklist. Unser Plan ist wie folgt, wir haben es ja jetzt endlich mal geschafft hier reinzukommen und alles zu hacken, wir müssen zu W. Wie wir zu W kommen, das erkläre ich euch jetzt. Wir gehen jetzt erstmal die Treppe hoch und werden hier in diesem Haus ganz nach oben gehen, von da von wo wir gekommen sind, weil oben heißt auch Hund merkt uns nicht, beziehungsweise schnüffelt uns nicht. Das ist erstmal Ding Nummer 1. Das wäre dann der erste Gegner, den wir nicht ausloggen hier. Genau. Die Punkte müssen wir mitnehmen. Jetzt gehen wir hier durchs Fenster raus, wenn hier kein Hund rumlungert und ich sehe auch keinen, zack und zack, ich bin unten. Alter! Ich bin noch nicht ganz unten. Sorry, ich bin noch nicht ganz unten. Alter! Jetzt bin ich unten. Ich bin komplett runtergesprungen. Du bist eher krass unterwegs, ne? Ja. So, jetzt gehen wir hier, schleichen uns hier den Weg entlang, noch haben sie keine Lunte gerochen und wir gehen jetzt hier hoch, schwupps. Die Frage ist, wer sollte Lunte riechen? Der Hund, na der Hund und die zwei, die noch übrig waren. Ach ne, es sind ja keine übrig, es ist ja echt bloß noch der Hund übrig. Ja, ist nur noch der Hund. Ja, aber der Hund, der Hund könnte uns unseren Sieg kosten, deswegen sind wir jetzt mal ganz vorsichtig. Richtig. So, du folgst mir immer noch, wir gehen jetzt hier hoch, ja? Wir gehen jetzt hier hoch. Ja, 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 ich bin auf deinen Fersen. Immer noch? Ja, er sieht uns immer noch, sehr schön. So, und jetzt seht ihr hier oben nämlich, das haben wir ja die ganze Zeit schon gesehen, ein Kabel. Und, ne, das Kabel führt nicht zu weh. Aber es führt auf jeden Fall auf Ground- Oh, da hinten ist der Hund. Es führt auf Ground-Level. Irgendwo, höre ich hier. Was machen wir? Ist das vielleicht doch nicht so eine gute... Alter! Bist du nicht mehr ganz... Okay. Ich geh runter, wo der Hund ist. Wie soll das denn? Du hast mich geblockt und ich hab Leertaste gedrückt. Du hast mich geblockt und ich hab Leertaste gedrückt. Ja, bleib ich hier. Bleib ich hier. Da ist... Oh, ein Amel-Schild. Das ist nicht gut. What? Okay, mir geht's gut. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Ich bin am Leben. Ist mir doch egal, ob du am Leben bist, aber was war das? Danke für die Hilfe. Ja, die hat, glaube ich, einen Luftangriff und hat die gesprengt oder so. Ja, und das ist mir gerade auch passiert. Oh, mein Gott. Oh, das war doof. Okay. Unsere Zielmarkierung ist immer noch da hinten. Wir bleiben erst mal hier. Schauen, ob irgendjemand kommt. Ich glaube aber nicht. Wir gehen jetzt hier einfach rum. Das Krasse ist ja, ich glaube, der Dicke stand da und jetzt dadurch, dass das Auto in die Luft gejagt wurde, steht er nicht. Ist er tot, ja. Ja, die hat irgendeinen Luftangriff gedöns gemacht. Okay, wir gehen jetzt hier rein. Gemeinsames Aufhebeln. Komm schon. Ach so, ich darf das machen und du gibst... Ach so, na klar, sicherlich. Eine fabelhafte Sache. Okay. Hier läuft eine geile Muckor drin, aber ich halte mal lieber nicht die Klippe, sonst gibt es nur noch ein ID-Gedöns. So, hier müssen wir hin. Ich gucke mal unter der Tür durch. Schau mal, was da auf der anderen Seite los ist. Nichts. Nichts, das ist ein leerer Raum. Okay, wir machen beide. Wir machen einfach beide. Ist schon geil, ist schon geil. Das ist Coop. So ist Coop. Ja, der eine macht die eine Tür auf und der andere die andere. So. Was ist weiter? Wir müssen nach oben. Hier los. Wir müssen nach oben. Aber wo ist oben? Da, wo nicht unten ist. Geht's aus dem Fenster raus, oder? Nee. Dudes. Was ist, wenn wir einfach mal mit Nachtsichtgeräten glotzen? Dann sehen wir schon was. Wir sind gerade auf jeden Fall meisterhaft. Äh, in uns gegenseitig im Weg stehen. Ja. Das ist aber auch... Du Teile, da. Warte mal, ich geh mal he. Äh, hier ist auch nichts. Siehst du irgendwas? Siehst du irgendwas? Am Arsch? Was war siehst du überhaupt irgendwas? Was ist denn hier? Hier ist gar nichts. Was ist das denn? Du musst doch irgendwie rausgehen hier. Und hinten annehmen. Hier ist doch garantiert raus. Da oben ist eine Drohne. Die Drohne müssen wir finden. Ja, was ist denn hier los? Wahrscheinlich müssen wir einfach nur... Hm, du Trottel. Scheiter drücken. Oh, ich wusste es. Das leuchtet doch so grün. Ich hab gedacht, du hast es probiert. Alter. Wie geil. Mann, oh Meter. Mann, oh Meter. Irgendjemand da? Also mein Radar sagt nein. Ich seh niemanden. Aber ich geh mal hier rein. Ja, da geh ich auch rein. Flupp. Schwupps. Oh, wie die sich über diesen Zaun schmeißen. Hast du das gesehen jetzt? Als wenn es nichts ist. Gemeinsam durchbrechen. So, ich will mit dir dann nicht gemeinsam durchbrechen. So, liebe Freunde, wird dir heute Zeit verschwenden. Ich würde sagen, an dieser Stelle hier... Ne, machen wir nicht. Ich mach die Tür mit auf, okay? Ich bin ja netter. Pass auf, jetzt stehen da sechs Feinde drin. Erschießen uns einfach. Nein, 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 nein. Oh, ich bin schlippert. Ach, du Kacke. Ne. Ist jetzt nicht wahr. Was? Ach du Kacke, wir sollen das mit Drohnen machen. Du steuerst. Ich weiß nicht, wie er steuert. Ich, äh... Moment, wir müssen da, äh... Was ist denn das hier? Ich bin... Bist du jetzt Controller? Ich hab keine Ahnung, was ich mache. E-Aktivieren. Ja. Du musst die Typen, glaube ich, irgendwie able... Nein, oh Gott. Ja. Du coverst nicht, Dude. Oh, 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 oh. Sind die alle tot hier gleich, oder was? Okay, du musst ja nicht gleich so krass ausrasten. Das machen wir nicht hier so. Sind die alle tot? Wie kann ich denn alle markieren? Ja, es scheinen alle tot zu sein. Ich seh nämlich... Oh, doch. Da sind wir welche. Oh, crap, ja. Die sind in alle Himmelsrichtungen hier. Entkommen. Ich muss entkommen. Ich weiß aber nicht, wie. Oh, oh. Ich seh noch einen Sniper. Da oben ist noch ein Sniper. Das war ja noch. Ich glaub, der hat mich auch so ein bisschen... Ich glaub, du musst zu mir kommen, oder? So, okay. Stand irgendwas von Teamkameraden. So. Töte ihn! Hier ist keiner mehr. Ja, aber ich seh einen auf meiner Karte. Irgendwo ist dann schon noch einer. Ach hier, doch, da. Ich glaub, er hat mich jetzt kurz ein bisschen geblubbt. Gesät. Also, wir sind jetzt... Gesehen tut. Ach, ich kann eine Waffe wechseln. Oh. Wahrscheinlich jetzt wesentlich subtiler. Wir haben jetzt die ganze Zeit Assault-Punkte gekriegt und so. Ah, der ist da noch. Ich kann hier nicht aus dieser Tür rausgehen. Ach, nee, da bist du. Bist du das? Hinter dir. Nee. Hinter mir ist keiner. Ach, da kommen neue. Ich seh da oben den Sniper. Leckt mich, da kommen neue. Alter, ich kann so nicht arbeiten hier. Wer ist denn das da? Okay, danke. Das war einer von denen. Da unten läuft einer. Der läuft die ganze... Oh, da unten hat einer Wegfindungsstörungen. Ihhh, hässlicher Bug. Liebe Leute, seid live dabei bei einem hässlichen Bug. Wie lange muss ich denn hier noch? Ja, komm halt mal. Lass das halt jetzt mal. Wir kriegen das schon von hier aus hin. Wie komm ich raus? Cool. Ich komm nicht raus. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Da ist noch einer. Hoooo! Ich bin entdeckt worden. Da ist noch einer. Hier draußen sind drei. Dude. Okay, er hat mich gesehen. Ich verblute fast. Ich komm mal zu dir, während ich verblute. Ich guck mich das mal von Nähen an. Willst du vielleicht mal dir die Sache da draußen angucken und ich geh... Ach nee, du kannst dich abbrechen. Oh my fucking Jesus. Ja, ich hab fucking Jesus gesagt. Bitte verklagt mich. Meine Güte. Oh, Kampfkill? Warst du da... Was machst du hier? Jetzt geht's plötzlich oder was? Da oben ist jetzt immer noch der Sniper. Klar, da komm ich nicht ran, weil der... Weil der in der zweiten Etage steht. Ich hab das ganze Dach weggebombt, aber... Die zweite Etage geht nicht. Okay, ich hab aber ein Möglichkeit... Ich geh ihm aus dem Weg. Ich hab eine Möglichkeit gefunden. Glaub ich. Ähm... Oh. Ja gut, so gut ist die auch nicht. Die Möglichkeit. Ist er weg? Yes. Nee. Ja, es muss... Doch, doch, doch. Da ist noch ein anderer jetzt. Da ist immer noch der mit der Wegfindungsstörung. Der Sniper oben ist schon weg. Den hast du schon getroffen. Ich hol mir jetzt den Typen hier vorne noch. Der hat eine Wegfindungsstörung. Scheiße, der kommt da nicht weg. Die... Die... Die Drohne bewegt sich. Okay. Typ ist weg. Ich glaub das Gebiet ist sauber. Oh. Kannst du jetzt vielleicht zu mir? Oh, der Sniper ist wieder da. Nein, ist er nicht. Jetzt nimm mal. Ähm. Ich kann immer noch nicht zu dir. Ich kann bloß abfeuern, Waffe wechseln. Wahrscheinlich ist jetzt tatsächlich nur deine Aufgabe mehr. Oh, oh, oh. Da kommen neue, da kommen neue. Oh, shit. Die siehst du noch nicht. Ähm. Ach, da hinten. Oh. Nein, 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 nein. Ich bin tot. Ähm. Ja, der ist plötzlich auf mich zugesprintet wie die Drecksau. Okay, jetzt wissen wir aber auf jeden Fall, dass du mit der Kontrolle halt bei deinem Part... Müssen wir nicht langsam mal den Part beenden, oder? Ähm. Oder haben wir den gerade erst gestartet? Habe ich vergessen, dass wir eine Pause... Ach ja, doch, wir haben ja eine Pause unten im Keller gemacht, ne? Ich glaube, wir haben vergessen das. Wir machen einfach noch fünf Minuten und dann passt das. Genau so. Und ich glaube, dass du den Runner-Part hier machst, weil das aufregender ist als meine Sicht, glaube ich. Ja, du hast recht. Sonst kann ich ja die ganze Zeit bloß Drone-Shooting machen. So. Action. Dann mach erstmal die Sniper da vorne weg. Dann kann ich nämlich hier in Ruhe rausgehen. Fire at will. Krass. Ich hör bloß... Ah! Und plötzlich sind alle tot. Ähm. Die sind weg. Okay, dann kann ich schon mal hier durch. Aber hier oben, die Dreier sind nicht. Die Musik... Die Musikhausbomben. Ja, 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 ja. Hauptsache sie sterben. Das ist das Einzige, was ich von dir erwarte. Und die coming. Ich bleib mal noch eine Weile hier. Mach mal noch ein bisschen. Noch trau ich mich nicht zu bewegen. Du kannst auch mal unten auf die Straßen, nicht nur in die Dächer, wenn das geht. Weil da oben drauf ist... Sniper, ja, hier. Guck mal, Achtung. Action! Bam! Jawoll, so geht das. Okay. Ich trau mich mal hier hinten runter. Mutig, wie ich bin. Der lebt ja immer noch. Kann der das denn überlebt haben? Lol. Lol, wenn du sehen könntest, wo ich hier gerade stehe. Ich sehe es, wenn du es hochlädst. Ja. Okay, so. Damit sind wir hier schon mal secure. Oh, crap. Da drüben sind ja welche in dem Haus. Jetzt hagelt es gleich. Oh, oh. Okay, danke. Da ist aber noch einer drin. Immer noch. Der ist zu weit hinten. Den triffst du so nicht, glaube ich. Kann sein, dass der unten ist, ja. Ob ich da drüben irgendwas reißen kann? Also ich sehe oben gerade nichts mehr. Oh, meine Drohne bewegt sich. Das heißt, wir haben... Irgendwas geschafft. Irgendwas geschafft, ja. Okay, jetzt kommt der Typ, glaube ich, zum Balkon. Jetzt ist er am Balkon gekommen. Jetzt kannst du ihn da oben wegbomben. Ich bin unter ihm. Mir kann nichts passieren, hoffentlich. Jo, okay. Ja, das ist immer noch Kampfkill. Ich weiß nicht, ob man das hier... Kann man den Abschnitt wirklich als Ghost? Das sollte mich wirklich stark wundern. Was will man denn hier machen als Ghost? Wenn du mit der Drohne da bist, du hast ja noch so eine komische Kanone. Also hier so eine... Wenn ich dir das Ziel markiere, siehst du das dann? Ja. Das ist in dem Haus drin. Das ist der Dude, der mich gerade fertig gemacht hat. Oh, oh. Oh, oh, er ist noch ein bisschen gestolpert. Du hast ihn nicht erwischt. Ich könnte hier quasi tatsächlich Ziele markieren. Oh, ich sehe gerade... Ach, nee. Ich habe gedacht, ich kann da hinten an dem Haus lang gehen. Also ich komme an dem Dude nicht vorbei. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Der Stummel ist, der traut sich nicht aus dem Haus raus. Es bewegt sich ein bisschen. Es bewegt sich ein bisschen. Es traut sich. Oh, ja, es geht weiter die Straße entlang. Vielleicht kann ich den zu mir her... Pfeifen. Older Dude. Oh, ich komme nicht durch da. Okay, der ist da unten in dem Haus. Der hat jetzt, glaube ich, auch... Nee. Okay, er sprintet weg. Er ist in Deckung gesprintet. Ich fühle mich aber gerade ein bisschen... Damn, da rücken mir echt Leute nach. Oh, hier vorne. Ja, ja, ich weiß schon, ich weiß schon. Ich suche gerade irgendwie eine Möglichkeit, wie ich... Weil ich glaube, die gucken die ganze Zeit nach draußen. Die sehen mich jetzt egal. Oh, einer von denen ist tot. Du hast einen erwischt. Nur den, den ich markiert habe. Der lebt noch. Du hast ihn so ein bisschen gesehen. Aber irgendwie... Hallo? Das... Ich weiß nicht, was ich machen soll hier. Ich will Leute töten. Du tötest ja auch. Ich will... Ja, weil du hast hier unendlich viel Schuss. Okay, es sind wieder... Es sind wieder zwei da drin. Ich sehe aber den zweiten wieder nicht. Warte mal, ich versuche mal da so ein bisschen... Der ist eins, Mann. Kannst du mehrere markieren? Du kannst ja mehrere markieren. Ja, aber nur wenn ich sie sehe. Ich muss sie ja sehen. Sonst kann ich ja nichts markieren. Ich sehe ihn nicht. Stimmt wohl. Da ist einer, der sieht mich jetzt wahrscheinlich gleich. Yes! Er ist ausgenuckt. Okay. Hey, an dem zweiten könnte ich mich eventuell jetzt... Oh Gott, es sind schon wieder zwei. Okay, ich sehe einen. Du sahst einen. Und der zweite ist down. Einer ist noch drin. Einer ist hier noch. Ich weiß auch nicht, was ich mit dem machen soll. Ich sehe ihn nämlich so sichtbar nicht, sondern nur auf meinem Radar. Wie geil. Ich sehe nur noch die Körper fliegen. Ich liebe meine Rakete. Oh, 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 oh. Hier drin wird es haarig. Hier drin wird es haarig. Ich sehe oben nichts. Okay, einer ist weg. Einen habe ich. Der andere läuft jetzt nur noch da draußen rum. Hier hätte ich jetzt gute Chancen, wenn ich jetzt hier bleiben könnte. Hätte der Typ nicht viel... Oh! Den hast du erwischt. Okay, das sieht so aus, als sind jetzt alle erst mal weg. Ich glaube, wir haben alle. Ich sehe zumindest keinen mehr. Ich gerade auch nicht. Von hinten sieht es auch alles gut aus. All enemies down. Oh, da kommt einer. Von wo? Irgendwo in so einem Haus ist einer, glaube ich. Oder auf einem Dach oder was auch immer. Geil, dass du die alle siehst. Echt schön. Oh, da kommt ein anderer von der anderen Himmelsrichtung. Oh, die sehe ich nicht. Die kann ich nicht... Doch, der ist oben. Den kriege ich. Der ist tot. Jetzt ist nur noch einer übrig. Nee, zwei. Aber ich kann von hier gar nichts machen. Oh shit, da sind schon wieder zwei neue. Ja, ja, ja. Die sind da hinten. Oh, der ist ja oben. Also manche markiert der mir. Und manche nicht. Und da ist auch noch einer. Den kriege ich. Der ist tot. Okay, der ist nicht tot. Okay, ich habe immer noch zwölf Radar. Du siehst anscheinend doch andere, als ich sehe. Zwei, die sehe ich. Die sind hinter dem Haus dann, ne? Okay, jetzt sehe ich einen. Ich glaube, einer kann jetzt sein, dass er hier zu mir kommt. Nee, er traut sich nicht. Doch, er traut sich. Nee, er traut sich nicht. Einer weggebe. Ich glaube, den hast du mit irgendwas getroffen. Alles. Sehr gut. Der wird immer von deinen Explosionen abgelenkt. Deswegen traut er sich nicht, zu mir zu kommen. Ja, zu Recht, zu Recht. Der soll mal schon ein bisschen Respekt zeigen hier. Hast du das da unten? Hinter dem LKB? Ja, 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 ja. Jetzt hätte mich fast einer gesehen. Oh! Okay. Links von mir sind zwei. In dieser Häusergasse und auf dem Haus, glaube ich. Jetzt nur noch in dieser Häusergasse einer. Der traut sich nicht so recht raus, weil du da so Havoc veranstaltest. Zu Recht? Das macht ja auch Riesenspaß. Ja gut, ich kann die ganze Zeit nur gucken und sehe alles explodieren. Und plötzlich sind die Gegner tot, ne? Du siehst nur die toten Menschen fliegen. Okay, ich sehe ihn da hinten am Regal. Warte mal. Oh, da kommt er. Hab markiert. Siehst du? Ja. Aber da kamen vielleicht noch zwei andere. Und da komme ich nicht rein, weil das Haus hier in der Form ist. Ich versuche jetzt einfach mal, ob ich vielleicht hinten rum irgendwie... Ich muss doch irgendwie an den Rand kommen. Es kann doch nicht sein, dass du alles wegbomben musst. Warte mal, ich gehe mal vorne auf die Straße. Ne. Trifft ihn nicht. Ne. Okay. Oh, da kommt ein Dicker. Den müsstest du mir auf jeden Fall wegholen. Warte mal. Siehst du? Ja. Der ist tot. Der kommt... Oh ja, er ist tot. Jetzt ist immer noch der in dieser Gasse. Siehst du? Yes. Danke. Der hat gerade angefangen zu sprinten. Der hat es jetzt überlegt. Der wird mal auf... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie er da wie ein tödlicher Schatten aus der Hölle auf der Straße lang spaziert. Da kommt wieder einer. Wo denn? Ich glaube, das Problem ist, die respawn... Der ist wieder in der Seitengasse drin. Die respawnen und ich muss in einem gewissen Weg einfach zurücklegen. Na, jetzt sind es wieder zwei. Okay. Nein! Okay, Gott sei Dank. Ich habe mit meinem Taser daneben geschossen. Ich versuche jetzt einfach mal, Ground zu coveren, okay? Achtung, 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 Achtung. Ich gehe ins Haus. Ich kann nicht ins Haus. Ich muss echt auf der Straße lang gehen. Also, dann gehe ich auch noch die Straße lang. Ist sogar frei. Ja, aber ich habe immer Angst, dass dann plötzlich doch einer steht. Dann ist der ganze Checkpoint hin. Verstehst du? Zu Recht. Wieso zum Beispiel? Plötzlich steht er nämlich vor mir, die Drecksau. Meine Drohne bewegt sich. Sieht gut aus. Oh, da kommt... Oh Gott, es kommt ein Dicker. Es kommt ein Dicker. Schieß, schieß auf die Straße. Schieß auf die Straße. Ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Er ist tot. Oh mein Gott. Nein, er ist nicht tot. Alter, das hat er überlebt. Oh Gott sei Dank. Ich gehe jetzt hier die Treppe hoch. Musik ist aus. Ne, Musik ist wieder an. Ich habe es, ich habe es. Drohne, Drohne. Jetzt nehme ich sie dir glaube ich ab und muss dich überholen. Oh ne, oder? Echt? Ich kenne mich nicht aus. Oh, leck mich fett. Wo bist du? Genau da, wo ich aufgehört habe. Muss ich wirklich jetzt... Nein. Ähm. Oh mein Gott. Ich sehe keinen, ich sehe keinen. Siehst du irgendeinen? Ja, auf der Straße. Okay. Willst du erstmal ein bisschen mit der Steuerung spielen? Äh, ich will nicht spielen. Der ist tot. Ich sehe auf der Straße. Alle, alle die du markieren kannst, markiere sie mir. Ich sehe die nämlich überhaupt nicht. Okay. Okay. Ich habe Schiss, dass ich jetzt hier verkacke. Okay, okay. Schaffst du es irgendwie? Du bewegst dich aber sehr langsam. Ich habe Angst. Ich komme nicht. Okay, okay. Wir schaffen das, wir schaffen das. Der Part wird massiv überzogen schon. Ja, 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 ja. Oh mein Gott, wie es den rumreißt, wenn der explodiert. Ich meine, gut, das ist ja völlig normal. Oh, fuck it. Was denn? Nee, ich habe Angst. Ich habe es durchschiffen. Alter, wir die ganze Zeit immer die gleichen Sniper respawnen. Das ist ja unglaublich. Ja, ja, ja. Oh, 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 oh. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Komm, du hast noch einen langen Weg. Du darfst nicht so rumbummeln, Alter. Du coverst ja überhaupt keinen Weg. What? Ich bin doch nicht da. Ich bin da. Ritter immer. Alter, da passiert ja gar nichts hier. Wie komme ich denn hier durch? Okay, meine Drohne bewegt sich. Durchs Haus. So. Die haben mich, glaube ich, gesehen. Die haben mich gesehen. Hier sind sie alle drin. Oh, oh, oh. Ist keiner mehr drin? Nee. Doch, die sind doch da. Hab sie doch markiert. What? Wo? Ich sehe keinen. Ach so. Äh. Genau, nochmal. Da ist noch einer. Da ist immer noch einer. Kannst du den nicht irgendwie wegfischen, wenn ich den ablenke? Dreht er sich mal irgendwann von dir weg oder so? Ich treffe den nicht. Der ist zu weit im Haus drin. Ah, fuck. Was ist los? Du hast den zu mir getrieben. Ich hab den zu dir getrieben. Du hast den zu mir getrieben. Ich hab mit Raketen aus dem Weltall geschossen, Junge. Ich hab überhaupt nichts getrieben. Du hast den nicht ins Weltall geschossen, sondern zu mir. Alter Schwede, wo ist jetzt der Checkpoint? Das würde ich jetzt wissen. Okay. Wenn ich die Drohne übernehme. Alles klar. Liebe Freunde. Wir machen einfach mal einen Cut. Virtueller Zeitverschwendung. Ich würde jetzt mal vorschlagen, wir machen hier einen Cut. Ja. Und der Stinker darf sich mal ein bisschen herholen, weil der muss jetzt plötzlich andere Sachen machen als vorher. Da ist er nicht so gut drin. Kriegen wir aber hin. Ich verspreche es euch. Er darf sich jetzt kurz noch rechtfertigen. Ich verabschiede mich. Callpern unter dem wird erzahlen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis dann. Das ist so scheiße schwer. Du musst auf Zeitdruck hier durchrennen. Das finde ich extrem knifflig. Und deswegen, ja. Versage ich hier am Fließband. Aber ich will nicht lange sabern. Ich will weitermachen. Also, in dem Sinne. Tschüss dir mit Küsschen. Wir sehen uns morgen. Bis dahin. Tschau. Tschüss.